Die Startnummer 15, Stefanie Wülper als... Das sind Fans. Als O-Chan von Hideo No Kackela. Viel Spaß! Wo bin ich? Es ist so dunkel und so kalt und wo, wie Prinzessin, ich muss mich noch beschützen. Denn ohne mich, ohne mich, bekommt die Olle ja echt nichts gebacken. Ich meine, da hat sie schon einen unwiderstehlichen, niedlichen, kompetenten Fuchsgeist. Und diesen Harem von fünf Rechtern um sich herum. Waschechte Männer, by the way. Allesamt stolz, ein glücklich ach so schön, aber absolut unmauchbar. Stehen immer nur blöd da und warten auf ein Wunder, während auf ihnen rumgeprügelt wird. Eine ganz große Nummer. Und alle fliegen sie auf diese Toller. Ich meine, da sie ist schon ganz hübsch und kochen kann sie. Ihre Plätzchen sind so... Ich meine, sie ist ganz nett. Und gut, sie bemüht sich im Rahmen ihrer eingeschränkten Möglichkeiten. Die Prinzessin ist special, etwas ganz Besonderes, unverzichtlich und in jedem Jahrhundert austauschbar. Aber ich sage euch dieses Mal, mit so einer Sumpfkuh, die die heiligen Gegenstände zum Wohle der Welt bewahren soll, aber es nicht einfach schafft, sich für sich selbst zu schütteln. Bo-Chan, bist du da unten? Hast du dich schon wieder im Keller verirrt? Äh... Nee? Ach, du bist mir ja ein kleiner Schussel. Das Essen ist fertig. Verdammt. Ja, Prinzessin, ich komme. Ja, Prinzessin, ich komme.